2 ich würde gern wissen wie in Kampung gehofft gehen da hat nun sie mal kurz hier auf den zweiten Bildschirm gehen und in Gorgel gucken N-Gran Arc äh Punkte ne nicht N-Gran xp Punkte Arc ähm schnell leveln im Level Guide 4 jetzt hier kann ich nix lesen kann ich nix lesen was soll denn das Giga Games ok da gehen wir nicht mehr drauf wie level ich richtig achserweise narkotiks herstellen Dann habe ich gerade das falsche engrammiert. Auf einem Spino-Level. Ja, toll, habe ich nicht. Ich töte Tiere, um Narkotiks herzustellen. Einem Tribe anstellen, was auch immer das ist. Okay, also wahrscheinlich die ganz normalen Dinge. Was craften oder sonst irgendwas. Ja, crafting ist... Ja, eigentlich ein anderes Spiel. Aber das ist ja egal. Ich check das immer noch nicht so ganz mit den Tastenkombinationen. Kohle machen wir jetzt mal hier rein. Ah, da haben wir schon. Da haben wir schon einen Haufen Holzkohle. Okay. Die Tierhaut machen wir auch da rein. Perle auch, die brauche ich auch nicht. Diese Perlen bestehen fast vollständig aus Silizium und können in Silizium-Scheiben verarbeitet werden. Okay. So, wir brauchen Tag. In der Nacht will ich nicht... ...will ich nicht dahinter gehen. Und mein schöner Diener hier. Ich glaube, der hängt. Das sollte ich vielleicht mal an dem Baum wegmachen. Vielleicht wird ihm das helfen. Ich helfe ihm mal kurz. Nein, ich wollte dich nicht hauen. Ich wollte dich nicht hauen. Ich wollte dich nicht hauen. Der steckt wirklich fest. Oh, jetzt stecke ich auch fest. Haut er mich jetzt, weil ich ihn gehauen habe? Ich will ihn nicht hauen. Aber wenn er mich jetzt haut, weil ich ihn gehauen habe, dann habe ich ein Problem. Ne, guck mal. Der ist happy. Der ist happy. Ich habe eine gute Tat vollbracht. Ich habe ein Dino befreit. Das freut mich jetzt. Hallo, ich will hier. Genau. Hallo? Warum kann ich die nicht einsammeln? Ah, jetzt. So, jetzt ist Tag. Ich glaube, ich sammle noch ein bisschen Zeug. Gehe da hoch. Und pflanze da oben gleich eine Kiste hin. Dann kann ich da nämlich schon Zeug platzieren. Das wäre vorteilhaft. Jetzt soll ich auch noch ein bisschen Essen sammeln. Das wird interessant. Essen ist wichtig. Hallo? Hallo? Hey, ich will das Ding da sammeln. Das kann ich nicht sammeln. Menno! Da vorne ist ein kleiner Dino. Ich glaube, das ist der, so einer, der mich schon mal hier platt gemacht hat. Nehmen wir gleich mal unseren Speer zur Hand. Da ist er. Die kleinen Mistviecher. Ich will da oben auf die Plattform. Haben wir eigentlich einen Feuerstein dabei? Ne. Dann ist ein bisschen doof. Da ist er. Wenn er mich entdeckt, kommt er auf mich zu. Weiß ich jetzt schon. Deshalb entdecke ich ihn vorher. Töte ihn! Hau ihn! Ah, ich habe ihn schon. Boah, das gibt einen Haufen Tier heute. Das ist super. Kommt noch einer? Sieht nicht so aus. Dann können wir mal kurz, äh, uns noch Schuhe herstellen. Äh, Gegenstand herstellen. Äh, hallo? Schuhe. Jawohl. So, ich bin mal gespannt, ob ich da überhaupt hochkomme. Oh, ich bin ziemlich voll. Da ist noch ein Dodo. Und der hat wohl gerade erst gekämpft. Der ist ganz blutig. Ähm, so. Können wir uns eine Kiste herstellen? Jawohl. Gegenstand herstellen. Wir kommen unserem Ziel näher. Benutzen. Hallo, ich wollte die Kiste benutzen. Oh, oh. Hattest du schon ein bisschen Angst? Nein, nein. Hallo? Äh, was habe ich gedrückt? Hallo, hau die doch. Hau die doch. Aber ich weiß nicht mehr, was ich gedrückt habe. Ja, schwimm. Schwimm, Junge. Ah, so. Hä? Ich weiß nicht mehr, was ich gedrückt hatte. Ich weiß nicht mehr, was ich gedrückt hatte. Wo war das? Feuerstein und Fasen. Warum für ne? Da kommen sie wieder. Ah, da ist noch einer. Ah, da geht es ab. Ich wollte doch da hinten bloß eine Kiste platzieren. Ich sollte was essen. Kurz hier einen Wasserbeutel füllen und dann gucken was wir noch zu essen haben. Vielleicht schaffen wir es jetzt die Kiste zu platzieren. Dann könnten wir hier nämlich so ein kleines Lager einrichten, weil da will ich ja hoch. Nein, schon wieder falsch. Ich weiß immer nie welche Taste ich drücken muss. Tierhäute rein. Nee, Tierhäute nehmen wir mit. Holz kann man rein machen. Holz. Stroh. Wir werden immer so schwer. Das ist mein Problem. Ich glaube wir sollten auch bald schon wieder zurück gehen. Weil es wird wahrscheinlich bald schon wieder Nacht. Einen Feuerstein hätte ich gar noch gerne. Hätte ich zu gerne. Guck mal. Guck mal was hier rauskommt. Nicht da, weil ich nicht treff. Okay. Spitzacke kaputt. Aber wir können uns einen neuen Speer herstellen. Nein, kann man nicht, weil wir Holz in Fasen fehlen. Äh. Holz. Fasen. 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 Ja. So, ich glaube Fasen haben wir gleich genug. Aber wir müssen uns dann hier richtig durch den Dschungel schlagen. Aber wenn wir uns da oben ein Lager aufstellen können, dann haben wir den perfekten Spot. Weil ich finde sie ein bisschen ängstigend zwischen den riesen Dinos. Aber die sind alle ganz freundlich. Die machen mir nichts. Holzhacken. Hallo Holzhacken. Ich muss mir nur merken, wo ich die Kiste platziert habe. Okay, Axt kaputt und Speer kaputt. Was war das? So, Futter, 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 Futter. Oh, da kommt mein Haustürchen wieder. Einmal das machen, einmal... Warum kann ich das nicht machen? Stroh. Oh. Da habe ich ja gerade ein bisschen gedacht. Scheiße. Ich brauche Stroh. So. Fürst die auch voll. Gut. Gut.